Ribery. Robin. Und da ist er drin. Ganz schlecht verteidigt von meinem Zukunft. Das ging hin und her. Und am Ende Schweinsteiger. Wer kommt? Das ist nun wirklich nicht seine größte Stärke. Aber... Schöner Pass. Schöner. Schöner. Das macht er klasse. Riesengelegenheit. Die mit Abstand größte. Der Mainzer. Schöner. 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 Mit einer riesen Parade. Und von Schöner. Und Müller. Und 2 zu 0. Die Mainzer sind überzahlen. Und kriegen es nicht geregelt. Jetzt vertraut er die beiden. Das ist viel. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt Gomez. Und jetzt geht er mal an den Posten. Mit vollem Tempo. Müller. Gut gespielt von Gomez. Müller. Und das ist ein Konter, wie du ihn besser nicht spielen kannst. 3 zu 0. 77. Minute. Jetzt zweiter Sieger gegen Alabi. Und da ist aus der Distanz... Die Strandkronik. Die Strandkronik. Untertitelung des ZDF, 2020